So, diesmal habe ich hier ein paar Star Wars Hausschuhe für euch. Star Wars Kylo Ren Mule Slippers. UK 5 bis 7. Ich musste mir kaufen, habe sie mir, ich weiß nicht wo sie mir bestellt hat, Amazon Sport, Spar. Die sind auf jeden Fall relativ klein, eigentlich für meine Füße auch zu klein, die gab es leider nur in meiner Größe nicht mehr. Aber ich habe eh so eine Schrumpelfüße, das wird schon irgendwie passen. Ich wollte euch die einfach nochmal zeigen, das ist so mit dieser Anti-Rutsch-Sohle drunter. So sehen die Teile aus, haben echt wirklich, die waren mega Schnappel. Ich glaube ich habe sie mir bei Sportspar geholt oder bei Amazon, ich weiß es nicht. Ich werde euch das raussuchen, werde euch das aber auf jeden Fall unten verlinken. Die Dinger sind ziemlich nice und auch voller Qualität her, finde ich eigentlich ganz gut. Schön dicke Sohle. Ja, dann hier vorne halt dieses Motiv drauf, dieser komische Typ da, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, wer das war, weil ich Star Wars in der letzten Zeit ein bisschen mehr verfolgt habe. Was wahrscheinlich echt, ja, man hat einfach nicht genug Zeit. Aber für mich als Nerd waren diese Dinger ein Muss. Aber wenn ich die so sehe, von der Größe her, könnten die wirklich etwas klein sein. Wie gesagt, ich werde euch die Teile verlinken. Also ich persönlich, wie gesagt, finde die Qualität gut. Wie gesagt, wie gesagt, ich sage heute nur noch wie gesagt. Gestern habe ich nur grandios benutzt in allen Videos, aber ist auch nicht so schlimm. Zack. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn dann. Ciao. 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 Ciao.